Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, tolle Hemden, diese Hemdchen sind für den Sommer ideal. Man sieht sie nicht unter T-Shirts etc., sie sind nicht zu dick oder zu dünn, sehen niedlich aus und vor allem sind sie endlich mal lang genug. Ich überlege, sie als Langarmprodukt auch für den Winter zu bestellen. Die Gösse passt 100%ig und das Produkt macht jede Wäsche und jeden Gang durch den Trockner ohne Veränderung mit. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.